Herr Alexander Krieger, ist es Ihr freier Wille, mit Frau Hanna Rebmann die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte ja. Ja. Hi, mein Name ist Parshat und ich bin heute als Gastreporterin für Follow Me Reports unterwegs. Thema heute, jung heiraten. Damals mit 20 wollte ich unbedingt jung heiraten, aber dann kamen Generation Z und ein paar Schicksalsschläge bezogen auf mein Liebesleben in die Quere. Heute treffe ich Hanna und Alex, ein junges Paar. Hanna ist 19 Jahre alt und Alex 18 und morgen werden sich die beiden einfach das Ja-Wort geben. Es gab ein paar negative Reaktionen aus ihren Umfeldern diesbezüglich und ich werde auch gleich mit den beiden darüber sprechen. Und morgen bin ich bei der Trauung einfach dabei. Der Papa wurde emotional. Papa darf das aber. Ich habe eure Fragen wie immer mit dabei. Wir sind hier bei Follow Me Reports und los geht's. Hallo, Kreuziger. Hi. Hi, Hannah. Hi, Hannah. Parshat freut mich sehr. Hi, Alex. Hi, Alex. Parshat freut mich. Wie geht's euch? Ja, sehr gut eigentlich. Also ein bisschen stressig und aufgeregt, aber ich bin ganz sehr gut. Ich bin auch sehr aufgeregt. Und das ist eure Location? Genau. Nach der Trauung? Ja. Und trefft ihr dann Familie und FreundInnen zum Essen und alles? Genau, in so einer kleinen Hochzeitsgesellschaft. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind jetzt hier zu zwölf. Darf ich mal reinminken? Ja, sehr gerne. Darf ich was mal beweisen? Hübsch. Warum gerade ausgerechnet hier? Weil wir das einfach schön fanden. Es ist halt einfach so was, wo wir schon mit Freunden so öfters waren. Und für euch war es auch wichtig, dass ihr so die Gesellschaft so klein haltet. Ja, auf jeden Fall. Darf ich fragen, warum? Ähm, das hatte mehrere Gründe, weil ich war auch schon in Hochzeiten und ich mag es einfach, mich mit jedem so unterhalten zu können. Und wo habt ihr euch kennengelernt? Das war vor vier und dreiviertel Jahren. Erster Schultag. Erster Schultag? Ja, genau. Da ist sie zu spät gekommen und dann habe ich praktisch die Tür aufgemacht. Wir haben endlich mal schon bei sowas heulen. Also es war so liebemäßig auf den ersten Blick, kann man sagen, von beiden Seiten aus. Ja, kann man schon sagen. Wir sind nach zwei Wochen dann zusammengekommen. Hallo Traumzeugen. Hallo. Dein Name ist? Joanna. Joanna. Wie hast du von der Hochzeit erzählt? Wir waren zusammen in Berlin und dann habe ich ihr vorher erzählt, kurz bevor wir uns verlobt haben, dass ich Alex einen Antrag machen will. War die Einzige. Moment mal, du hast Alex einen Antrag gemacht. Jein, wir haben uns beide einen Antrag gemacht im Prinzip. Wir haben nicht abgesprochen, wann der stattfindet, aber halt, dass er stattfindet. Und das halt, wir haben uns halt beide dann einen Ring gekauft, weil wir das halt so machen wollten, dass nicht eine Person das nur macht dann. Wir das so schöner fand, ne? Ah, das ist der Moment. Das war sozusagen in Berlin auf dem Park im Hotel. Und da habt ihr euch beide gegenseitig einen Antrag gemacht. Ja. Wie habt ihr euch in dem Moment gefühlt? Das war, glaube ich, sogar vielleicht der schönste Moment bisher in meinem Leben. Für mich auch, ja. Es war echt sehr, sehr schön. Habt ihr beide geweint? Ja. Würdet ihr sagen, ihr seid immer noch so verliebt wie am ersten Tag? Also es wandelt sich ja auf jeden Fall. Man hat immer eine engere, immer mehr eine engere Bindung miteinander. Wohnt ihr jetzt zusammen eigentlich? Wir wohnen zusammen, ja? Ja, wohnen aktuell bei Alex seinen Eltern. Aber wir sind jetzt fertig mit dem Abitur und haben sogar tatsächlich schon eine Wohnung in Regensburg. Oh, was Glückwunsch, Leute. Das freut mich voll. Hammer. Genau, da gehst du studieren und ich hab da schon einen Ausbildungsplatz in Regensburg. Ihr habt richtig, richtig geplant, ne? Also bei euch ist so, wir heiraten, Wohnung und dann Job. Ja. Bei mir ist so, ich bin aktuell so in so einer Trennungsphase. Ich hab selber so eine zweieinhalbjährige Beziehung hinter mir und ich bin so total, ich weiß nicht, was ich so von Liebe halten soll aktuell. Ihr seid ja zusammen irgendwie auch groß geworden, ne? Also ihr seid zusammen aufgewachsen. Da hat man ja auch schon so die verschiedenen Entwicklungen, weil wir uns ja sehr verändert, seit wir sozusagen 14 und 15 sind, logischerweise. Und ich meine, wenn man viel miteinander kommuniziert und immer redet über alles, glaube ich, ist es eigentlich gar kein Hindernis. Dann wollen wir eigentlich nur mit Pasche Anhalts machen. Rausheugen! Rausheugen! I live in abundance, love is the new money, I'm mentally wealthy, wow! Götz, ich muss die zensieren wahrscheinlich. Götz, Kort. Ich rufe später mal an, wenn die Kameras aussehen. Ich geh mal hinter die Bar. Und morgen gibt's alles Alkoholisches, ne? Ähm, Alkohol wollten wir eher rationieren. Wir haben, beim Sektempfang haben wir Sekt, logischerweise, und danach keinen Alkohol mehr, ne. Also, gibt's einen bestimmten Grund, oder ist das so... Ja, ich hab schon öfters gehört, dass bei Hochzeiten dann manche Leute da übertrieben haben und dann... Ja. Das wollt ihr so vermeiden? Ihr wollt das so gemütlich und... Genau, so gemütlich alles zusammensitzen. Wow! Hey, wir sehen voll gut aus. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, also wir haben... Ich hab Lust. ... noch Kleinigkeiten zu tun im anderen Raum. Darf ich fragen, wie viel ihr ausgegeben habt für die Hochzeit insgesamt? Also im vierstelligen Bereich schon. Vierstelligen Bereich. Und habt ihr auch dabei finanzielle Unterstützung bekommen von Familie oder Freundinnen? Wir haben bisher alles selber finanziert, genau. Und, ähm, haben halt gut dadurch sparen können, dass uns Leute geholfen haben bei vielen Dingen. Die Lichterkette... Also das Ding muss jetzt... Okay. Fast fünf Jahre mittlerweile schon Zweisamkeit. Mhm. Ihr hattet auch davor beide nie irgendwie eine andere Beziehung, oder? Also ich hatte schon Beziehungen, zwei, genau. Aber jetzt auch nichts Ernsteres in dem Sinne, genau. Und wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Ähm, bei meiner ersten Beziehung war ich 13 Jahre alt, genau. Da waren wir ein Jahr zusammen. Ein Jahr! Genau. Und du, Alex, noch nie vorher eine Beziehung? Nee, nicht wirklich, nee. Deine erste große Liebe? Ja. Und auch deine... Letzte. Letzte. Voll schön. Habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr verpasst was, wenn ihr schon so früh heiratet, oder? So sollte man das auf keinen Fall formulieren. Weil wenn man ja sagt, dass eine Beziehung bedeutet, dass man was verpasst, dann bedeutet es ja irgendwie auch, dass die Beziehung sehr einschränkend ist. Man hat ja trotzdem noch Freiräume. In der Community von Follow Me haben die Leute auch schon gefragt gehabt, so an euch Fragen gerichtet, wie, ja, ist das aus religiösen Gründen? Nein. Nein. Es ist wirklich aus... Liebe. Wirklich einfach nur Liebe. Neben den möglichen religiösen Hintergründen oder der religiösen Intention haben Leute auch gefragt gehabt, ob ihr nicht vielleicht heiratet, weil ihr keinen Sex vor der Ehe habt. Ähm, nee, das ist jetzt wirklich nicht der Grund dafür. Ich finde irgendwie auch, wenn du das jetzt so sagst, das hört sich an, als wäre das ein ziemlich schlechter Grund, um zu heiraten. Einfach nur, um dann Sex haben zu dürfen. Ihr versteht mich bestimmt, wenn ich sage, so meine natürliche Reaktion euch gegenüber war so krass schon sehr jung. Welche krassen negativen Reaktionen aus eurem Umfeld habt ihr denn so erfahren? Es gab viele Kleinigkeiten, zum Beispiel wurden mir vorgeworfen, dass ich schwanger bin, was ja nicht der Fall ist. Oder auch, dass wir überhaupt kein Geld haben, dass wir naiv sind, wenn wir so eine Entscheidung treffen, dass wir da überhaupt nicht dazu in der Lage sind, sowas zu machen. Genau, und das ist halt schon verletzend. Gab es so von der Schule aus auch so heftige negative Reaktionen? Eigentlich sogar hauptsächlich, dann irgendwelche Mitschüler, die uns halt eigentlich auch gar nicht kannten, haben dann irgendwie das noch mitbekommen und haben halt sofort das mit der Schwangerschaft oder was weiß ich, was halt gar nicht stimmt, behauptet. Thema Scheidung noch nie besprochen bei euch, oder? Also doch, auf jeden Fall sollte man, glaube ich, immer machen, wenn man in Ehe eingeht. Einfach, dass man da weiß, was Scheidungsgründe für den jeweiligen anderen sein würden. Was wären denn so potenzielle Scheidungsgründe für euch beide? Potenziell wäre ja eigentlich immer dieses Fremdgehen-Thema oder Auseinanderleben-Thema, aber im Prinzip, wenn man halt einfach nur genug redet miteinander und es halt gar nicht erst so weit kommen lässt, dann kommt dieses Problem eigentlich nicht auf. Jetzt kommen wir zum Thema Familie. Wie war es bei dir, Alex? Wie hat deine Familie reagiert? Ja, im Prinzip war mein Vater, der stand da eigentlich schon ziemlich anfangs hinter hinter. Und bei meiner Mutter war es so ein kleiner Prozess. Es war anfangs so, hm, ihr seid doch viel zu jung. Muss das wirklich jetzt schon sein? Jetzt doch viel zu eilig. Es tat halt schon weh, wenn meine Mutter eine Person, mit der ich am nächsten stehe, sowas halt dann auch sagt. Aber es hat sie mittlerweile wieder gut gemacht. Ich glaube, sie hatte halt dieses Klischee im Kopf, ja, jung heiraten funktioniert nicht, muss scheitern. Und dann hat sie irgendwann realisiert, es geht um uns beide und sie kennt uns sehr gut. Und dann hat sie einfach realisiert, dass sie das nicht einfach auf jeden pauschal anwenden kann. Wir haben deine Eltern reagiert. Du kannst dann einfach dann gleich meine Eltern das selbst nochmal fragen, weil wir gehen jetzt zu denen. Okay, ich bin sehr gespannt. Let's go! Let's go! Hallo! Tasha, freut mich. Ich bin noch frei. Hallo, Frau. Anja, hallo. Hallo, Anja, freut mich sehr. Euch geht's bestimmt. Ihr seid bestimmt noch aufgerechter als hier alle zusammen. Ja, definitiv. Schön. Schön habt ihr's hier. Wie alt war die beiden, als sie geheiratet hat? Ja, für unsere Verhältnisse relativ jung zur damaligen Zeit. Haben alle relativ spät geheiratet, über 30. Mhm. Dann waren wir schon mit 24 und 26 jung. Krass, wie geht's euch von morgen? Morgen ist der Tag. Ich bin mega aufgeregt. Von 1 bis 10 so? Hm, so eine 8. 8. Papa, du? Hm, vielleicht so eine 6. 6? Ja. Warum bist du so aufgeregt, Anja? Ja, weil ich finde, es ist halt ein mega besonderer Tag und meine Große heiratet. Wie war eure Reaktion, als ihr das erste Mal davon erfahren habt? Für mich war es wirklich so, als sie dann die Bilder gezeigt haben vom Antrag, dachte ich zuerst, oh, ich spiele Verlobung. Und dann, da gingen die Bilder weiter, da dachte ich, oh, die Reaktion ist nicht gespielt. Das ist echt. Also ich war letztes Jahr in Reha und da haben sie mich besucht und da haben die beiden mir die Bilder gezeigt. Und dann war ich so, oh, voll die schönen Bilder, voll die schöne Zeit dort. Und dann waren wir schon fertig mit schauen und dann hat die Hanna gemeint, Mama, jetzt schau doch mal genau hin. Oh, Mama hat sich gar nicht gecheckt am Anfang. Und dann? Und dann habe ich genau hingeschaut und dann habe ich mich gefreut. Was ist so das, was ihr euch so denken lässt, so, da gibt es eigentlich keine Zweifel? Was ist es? Ja, keine Zweifel würde ich jetzt nicht sagen, aber wann weiß man es genau? Weiß man es mit 30 besser? Weiß man es mit 40 besser? Hanna, du willst mir jetzt das Wort gleich zeigen. Und Mama hat es noch nicht gesehen, Papa hat es noch nicht gesehen, Alex auch nicht, war ja klar, aber... Ich habe es gesehen. Das macht doch Unglück! Ja, viele Traditionen sind da, um einfach so drauf zu scheißen, wenn ich etwas gesagt habe. Du hast es gesagt! Also, Hochzeitstradition ist bei euch auch so unten durch, oder wie? Eigentlich komplett. Also, manche Sachen, die wir schön fanden, haben wir eingebaut, aber alles, was uns nicht gefallen hat, haben wir einfach rausgekriegt. Das ist das Kleid morgen. Genau. Das ist das Brautkleid. Wie war denn dieser Moment, als du sie in diesem Kleid gesehen hast das erste Mal? Naja, im Prinzip war ich erstmal sprachlos. Ich wusste auch nicht, was ich erwarten soll, deswegen war ich erstmal so überwältigt von, dass es extrem gut aussieht. Und ja, und eigentlich schon fast eine Freudenträne geflossen, weil ich mich jetzt schon auf morgen freue. So, krass. Schön, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, sehr auf morgen. Heute ist der große Tag, heute heiraten Hannah und Alex. Die beiden sind gerade am Chiemsee, Bilder machen. Die haben sich schon in Schale geworfen, ich habe mich auch ein bisschen hübsch gemacht. Und wir treffen uns jetzt gleich hier zum Essen bei McDonalds. Warum McDonalds, verraten die beiden mir hoffentlich gleich. Ich finde es irgendwie, es hat irgendwie ein bisschen was, bisschen was Wildes, bisschen was Rebellisches. Warum nicht? Ich bin sehr gespannt auf den Tag. Toll, siehst du aus, Hannah. Oh, wow, da ist die Trauzeugin auf. Hi Trauzeugin. Alles gut? Ja. Wie war's bis jetzt alles? Also, wir haben ein bisschen mehr Zeit gebraucht zum fertig machen als geplant. Ja. Aber es ist eigentlich alles im Prinzip gut gelaufen. Gut gelaufen? Na, was ist die Tales Level 1 bis 10, Alex? Sechs. Sechs? Du? Ich würde sagen ähnliche, auch nur sechs. Echt? Glaubt ihr jetzt stark nochmal, oder? Nee, ich glaub nicht, weil es ist eigentlich alles schon gut gelaufen. Warum McDonalds? Weil wir einfach Bock drauf hatten. Bock? Ja, schmeckt uns und wieso nicht? Bisschen rebellisch auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist auch der Hintergrund. Man hat schon ein bisschen, ne? So ein bisschen schick, klammert, jetzt reingehen und sagen, wir heiraten und gib mir einen Cheeseburger. Let's go. Bitteschön. Hi. Ihr zwei seid? Ich bin Sebastian. Hi Sebastian. Du bist der? Fotograf. Fotograf und auch Freund. Ja. Genau. Freut mich sehr. Hi. Und du bist? Josefine. Josefine. Eine kleine Produktion Pommes, bitte. Jetzt seid ihr dann nach heute verheiratet. Mhm. Was wird sich da verändern? Wird sich überhaupt irgendetwas verändern bei euch beiden und eurer Beziehung? Ich glaube eher weniger, weil ich meine, wir haben ja davor schon zusammen in Juro und viel Zeit miteinander verbracht und kennen uns ja auch schon super gut. Ich glaube, das einzige große, was noch kommen wird, ist, dass wir halt dann wirklich zusammenziehen und dann halt unser gemeinsames Leben im Prinzip richtig starten. Ihr habt so einen richtigen Fahrplan aufgestellt für euer beider Leben und wie sieht es jetzt aus nach der Ehe? Habt ihr schon geplant direkt Kinderplanung? Also Kinder sind überhaupt nicht in Planung. Nee. Kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht? Nee, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Gar nicht? Vielleicht ändert sich das noch in einem Jahrzehnt oder so, aber aktuell so gar nicht. Warum? Ein Kind bedeutet auch immer wieder Stress und Arbeit. Wenn wir Kinder haben wollen würden, müssten wir dahinter stehen. Die Welt ist halt teilweise auch nicht so ein schöner Ort. Und ich weiß nicht, ob man da zwingend noch mehr Kinder so hineinbringen muss. Und ihr seid ja ineinander verliebt, mit voller Überzeugung. So habe ich euch jetzt kennengelernt in den letzten Stunden. Und was ist so der entscheidende Punkt, woran ihr das selber an euch merkt, dass ihr auch so verliebt seid? Also Hannah, woran merkst du, ja, ich bin verliebt in Alex? Also ich würde auf jeden Fall fast alles für Alex tun. Und er ist einfach auch Priorität in meinem Leben und einfach ein enorm wichtiger Mensch. Bei dir Alex, woran merkst du, du bist so richtig verliebt in Hannah? Im Prinzip merke ich es daran, dass, wenn ich sie anschaue, immer wieder ein Lächeln mir raufkommt und ich einfach mit Glücksgefühl überschwemmt werde. Das war gerade so süß. Ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oh, Zeuginnen, geht es euch gut? Sehr gerührt. Sehr gerührt. Ihr kennt die beiden auch wahrscheinlich nur so, ne? Ja. Wie du es mir erzählt hattest, du auch, Josefine? Also genau so. Sie ist vielleicht noch romantischer geworden zwischen den zwei Jahren. Echt? Ja. Hannah und Alex wirken überraschenderweise relativ entspannt auf mich, aber ich glaube, das kommt so mit der Zeit. Die Nervosität, die Aufregung kurz vor der Trauung, während der Trauung. Und ich persönlich habe gerade ein bisschen Angst, ob mich das jetzt doch zu sehr mitnimmt emotional gesehen. Für mich gibt es wunderschöne Taschentücher. Mich interessiert aber auch sehr. Jung heiraten. Was ist eure Meinung darüber? Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hey, es war alles so. Wie geht es dir heute? Ja, es wird langsam. Guten Tag. Sie sind? Thorsten Krieger, ich bin der Vater vom Reutiger. Hallo Thorsten, freut mich sehr. Wie fühlst du dich heute, Thorsten? Bist du aufgeregt? Bisschen, ja. Von eins bis zehn so eine Skala? Von eins bis zehn eine vier. Wenn dein Sohn heiratet mit 18, ist das für dich so, was, du machst mir den Eindruck so pfff. Ne, das ist, wie gesagt, das ist denen ihr Ding, wenn sie es machen möchten. Ich unterstütze das. Wir sind seit fast fünf Jahren zusammen. Warum sollen wir nicht heiraten? Das sind ganz klare Worte. Vielen Dank, Thorsten. Dann möchte ich dich jetzt rein bitten. Okay, danke. Und die beiden kommen gleich. Dankeschön. Vielen Dank. Ah, da kommen die beiden jetzt. Die kommen, die kommen. Hallo. Hallo. Geht's gut, geht's gut? Ja. Bitteschön. Prosten Tag. Herr Alexander Krieger, ist es Ihr freier Wille, mit Frau Hanna Rebmann die Ehe einzugehen, so antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Ich frage auch Sie, Frau Hanna Rebmann, ist es auch Ihr freier Wille, mit Herrn Alexander Krieger die Ehe einzugehen, so antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Nachdem Sie beide meine Frage bejaht haben, gilt Ihr Bund als geschlossen und Sie sind somit Kraft Gesetzes. Rechtmäßig verbundene Eheleute dürfen das natürlich gern mit einem Kuss besiegeln, wenn Sie möchten. Wie war es nicht? Wir haben ein paar Jahre im Kuss, wir haben eine große Chance, das ist ein sehr schönes Nein, nein, nein. Glückwunsch! Vor allem wenn Eltern noch so mitkommen und gratulieren und so, da werde ich ja ganz emotional. Darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Als Vater der Braut wollte ich noch kurz zwei, drei Worte sagen. Natürlich war es auch für uns ein wenig früh, dass die beiden geheiratet haben. Aber ich finde es total toll, weil Hanna sich einen super Mann geangelt hat. Und dann gebe ich sie doch gerne weiter. Dankeschön! Das heißt Esch. Also ich hoffe ich habe es richtig geschrieben an die Community, ich lerne. Esch heißt übersetzt das Zeug einfach Bebe. Ich hoffe es gefällt euch. Ich wünsche euch das allerbeste und ich habe aber noch wirklich ein paar Fragen. Die Kronen haben mich direkt geflasht. Warum ausgerechnet die Kronen? Vor allem auch wegen dem Fluss, weil wir heute Fotos gemacht haben. Hammer! Wie geht es euch jetzt? Wie fühlt ihr euch als Besuch verheiratet? Das wäre gut, alles super gut aus. Habt ihr irgendwie Tipps an Paare, die auch jung heiraten? Macht es einfach egal was andere dazu sagen. Man braucht auch nicht viel Geld dafür. Echt nicht. Also an Geld solltest du gar nicht scheitern? Auf keinen Fall. Danke, dass wir dabei sein wollten. Ja wirklich. Wow! Just married guys. Tschüss! Fazit. Also meine Meinung hat sich jetzt nicht wirklich geändert zu dem Thema jung heiraten. Aber ich kann auch nur aus persönlicher Sicht sprechen. Weil ich einfach mit 18 eine ganz andere Person war als die Person, die ich jetzt bin. Mit 18 hatte ich ganz andere Prinzipien, mit 18 hatte ich ein ganz anderes Mindset. Und mit 18 war ich persönlich auch noch viel zu kindlich. Trotzdem war es mir eine große Ehre, zwei junge Menschen die letzten Tage dabei begleiten zu dürfen, wie sie total überzeugt voneinander und ihrer Liebe waren. Es war mir eine große Ehre gerade dabei gewesen sein zu dürfen, wie sie sich das Ja-Wort gegeben haben. Ich bitte euch, bitte liebe Menschen da draußen, seid nicht zu harsch, auch nicht zu verletzend mit euren Meinungen. Weil die beiden sind sich sicher und das ist doch das, was zählt oder nicht. Wie steht ihr zu dem Thema jung heiraten? Schreibt das unbedingt in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und eine Ehe geht ja bekanntlich nur zwischen zwei Menschen. Aber was ist, wenn drei Personen eine Ehe eingehen? Schaut euch dazu unbedingt das Video zusammen mit Hannah an. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann checkt mein letztes Video ab. Da habe ich versuchen gehabt, mit den Kindern Ilias und Frieda zwei Singles zu verkuppeln.